In der Gruppe Cindy gab es einmal Platz Nr. 7. Ein Applaus für den Time. Platz Nr. 6 geht an den Tisch. Platz Nr. 5 geht an den Max. Der 4. Rang, das ist heute die Britz. Platz Nr. 3 und dafür gibt es eine Olympia-Bronze-Medaille für den Karl. Platz Nr. 2 gibt es eine Silber-Medaille für den Küchsteroy. Platz Nr. 3 ist sie Dank. Der erste Rang und das ist der Sieg an die Gruppe Gral. Und die Gold-Medaille geht an die Ella. Platz Nr. 3 Jetzt bitten wir die Ina mit ihren Rennfahrern hier auf die Bühne.